Hallo zusammen zum MLC Late Night Talk. So, wir haben heute uns das Thema Fisten vorgenommen. Mit mir hier ist der Andi als Moderator und unsere Gäste, der Robert und der Rai. Danke Michael. Wir fangen mal an mit euch beiden. Stellt euch doch mal kurz vor, wie seid ihr zum Thema Fisten gekommen? Wer seid ihr? Ich bin Robert Leibig. Über Jahrzehnte schon beim Fisten sozusagen noch der uralte Underground in Münchner Norden. St. Quaterin. War noch damals die Taunus-Sauna. Und es läuft, denke ich, viel erstmal über das Zuschauen, neugierig werden, daneben stehen und dann immer mehr auch, man wird gerne eingeladen, mal auszuprobieren. Und mittlerweile über Jahrzehnte Erfahrungen, was das aktive Fisten angeht. Ja, ich bin der Mike. Meine erste Berührung mit Fisten war damals in Berlin als 22-Jähriger in der Apollo-Sauna. Da liefen ja so in der Kabine irgendwelche Filme, so Dokumentarfilme und so weiter. Und da war auch ein Dokumentarfilm über das Thema Fisten drin. Und ich als ganz jünger Bursch dachte dann irgendwie, was machen die denn da? Ich fand es aber total irgendwie, es ist so wie, man kann nicht wegschauen, man kann aber auch nicht hinschauen. Ich fand es total reizvoll, habe aber für mich gedacht, naja, Fisten, das ist noch nichts für dich. Jetzt warte mal noch ein paar Jahre, bis du 30 bist. Und genauso war es dann auch irgendwie das erste Mal, dass bei mir jemand drin war. Mit der Hand war 2004. Und seitdem sage ich, wenn man einmal Blut geleckt hat, dann will man unbedingt auch mehr und will was erleben, aktiv wie passiv. Und ich weiß nicht, seit 2013, glaube ich, gibt es mal so einen Fist-Workshop, den ich auch moderiert habe und mitentwickelt habe im Underground, das auch immer wieder stattfindet, wenn es mal wieder auf hat. Und von daher fragen sich auch viele Leute mir noch was zu, was sie darüber erlebt haben im Umfeld von Fisten. Und ich freue mich heute auch auf die Diskussion. Das heißt, ihr kennt beide das Thema aus beiden Positionen sozusagen? Ich kenne es nur auf aktiveren. Ah, okay. Ich kenne es aus beiden Positionen. Ein Teil, zuschauend, mitmachend und als Objekt. Aber das Neugierigwerden durch das erste Sehen ist also was, was euch quasi dann auch verbindet, egal ob jetzt live oder über einen Dokumentarfilm. Ich meine, es ist ja so, dass man es ja irgendwo mal sieht. Also es gibt ja irgendwo ein Vorbild oder es gibt ja heute auch sehr viele Pornos, die man im Internet zuschauen kann. Oder man geht mal ins Underground und sieht dann sowas, wie das funktioniert. Und daraus wird man halt so angefixt, mehr oder weniger. Dann findet man das ja mal interessant. Und viele kommen dann auch her zu mir und sagen, ja, wie funktioniert das überhaupt? Darf ich mal bei dir probieren und so? Ich kenne mich damit gar nicht aus. Da kommt es ja eigentlich bei jedem irgendwie. Und es funktioniert beim ersten Mal ja meistens eigentlich gar nicht, zumindest auf der passiven Seite. Ich selbst habe mindestens zwei, drei Jahre herumprobiert. Viele Ältere sagen dann immer, ja, also ich erwarte schon, dass das dann funktioniert. Ich habe dann keine Lust, auch nicht die Jungfrau da rumzuprobieren. Das ist ja auch eine Diskussion, wenn dann so Jüngere oder die halt noch nicht so trainiert sind, dann plötzlich mal anfangen wollen und das mal ausprobieren wollen. Und ich meine, es gibt dann natürlich auch Leute, die da total drauf spezialisiert sind, zum ersten Mal, ja, was zu öffnen. Was mir immer ganz wichtig ist zu sagen, bei diesen ganzen Videos und Pornos, erstens trainieren die schon seit Jahrzehnten, die da zu sehen sind. Und viele denken dann, wow, geht doch überhaupt nicht so schnell und so heftig und so brutal, wie das wirkt. Und ich sage eben immer dazu, überleg dir mal, die trainieren vielleicht jetzt schon vier, fünf Stunden, bis sie überhaupt den Film aufnehmen. Also kann man wirklich trainieren? Ja. Okay. Heißt, Übung macht auch da den Meister? Auch da den Meister. Und das wahrscheinlich dann auch in beiden Rollen? Also ich finde, System hat weniger was mit der Technik zu tun, natürlich auch ein bisschen. Und es ist natürlich anatomisch so, dass es auf jeden Fall funktioniert, weil es geht rein und auch wieder raus. Es gibt ganz wenige Ausnahmen, ich will jetzt nicht sagen, es gibt es nicht, aber es gibt vielleicht ganz wenige Ausnahmen, wo es rein technisch nicht funktioniert. Aber im Prinzip ist es immer eine Kopfsache. Also für mich ist es immer eine Kopfsache, kann ich mich mit jemandem fallen lassen? Bin ich in einem Setting, in dem ich gerade bin, wo ich mich halt fallen lassen kann, wo ich entspannt bin? Bis hin zu, ja, jetzt muss ich mich halt mal konzentrieren. Oder jetzt muss ich mal ein bisschen Atentechnik machen. Oder was auch teilweise hilft, ist so ein bisschen Meditation oder autogenes Training, dass man halt dann wirklich in dem Punkt auch da ist, wo man gerade ist. Also viele machen ja sozusagen irgendwie Sex im Vorübergehen. Das macht man halt jetzt mal so und findet seinen Kopf, das hat sich irgendwo ganz woanders. Und das funktioniert beim Fisten einfach nicht. Man merkt das total, wenn jemand beim Sex, beim Fisten irgendwo anders ist und nicht bei der Sache. Und dann hilft es wirklich manchmal so Atemtechniken zu sagen, ja, wann, wo bin ich jetzt, wie fühlt sich das an, ja, was macht er gerade und so. Dann kommt man eigentlich in diesen Rhythmus rein und zu sagen, ich bin jetzt bei mir selbst. Also wirklich eine sehr hochemotionale Geschichte auch. Also von Partner sich da einfließen lassen und es verbindet auch komplett anders als ein anderer Sex. Also man ist da sehr intensiv beieinander. Das ist ja jetzt so ein bisschen so ein Kontrast zu dem, was du gesagt hast, so nach dem Motto, man kommt bei jemandem vorbei und der meint, kannst du mir mal eine Hand rein. Verstehe ich nicht ganz. Das hatte ich so verstanden, so nach dem Motto, mal ausprobieren, wenn man das so im Club sieht oder so. Da ist ja jetzt noch nicht unbedingt so die Verbindung da, wenn man nur daneben steht und zuschaut. Oder geht das immer mit einer Vorgeschichte einher, dass man sich erst mal irgendwie an der Bar kennenlernt und sagt, du, lass uns doch mal nach hinten gehen und das ausprobieren. Also ich finde, es muss nicht an der Bar kennenlernen laufen, aber ich bin voll bei Mike. Es ist ein sehr ähnliches, dass sich begegnen und sich aufeinander einlassen. Also so nebenbei läuft es für mich auch nicht. Was mir immer ganz wichtig ist, auch rüberzubringen, jetzt wirklich bei Neueinsteigern. Es wird nicht nach der dritten oder vierten Runde schon die Hand drin sein. Also das ist ein Kennenlernen, sowohl für den Aktiven wie auch für den Passiven und auch den Druck rauszunehmen. Also ganz passiver, den Druck rauszunehmen, das muss jetzt funktionieren, weil dann funktioniert es überhaupt. Das ist auch, ich sage immer gerne, die Fotze redet da auch noch mit. Wenn die Nein sagt, dann sagt sie Nein, dann geht es nicht. Was würdet ihr jetzt jemandem, der jetzt damit angefangen möchte, der sagt, okay, spannendes Thema, ich probiere es mal aus. Wo fängt man da an? Was macht man da am besten? Oder wie kommt man auf das Thema zu? Wie finde ich vor allem jemanden, mit dem ich das mal ausprobieren kann? Also ich merke, ich habe einige in der Romeo kennengelernt, die mich angeschrieben haben und gefragt haben, hast du Lust um Zeit? Und dann macht man was draus. Und ich bin immer gern derjenige, weniger schreiben, sondern gleich treffen und ausdrucken. Beim Schreiben wird wahrscheinlich auch nie diese, ich sage jetzt mal, emotionale Geschichte, die ihr beide angesprochen habt, zu sagen, da machst du irgendwo Klick, das passt, ich kann mich auf den anderen einlassen. Ist, glaube ich, beim Schreiben auch ohnehin schwierig rauszufinden. Da ist der persönliche Kontakt, glaube ich, deutlich wichtiger. Also ich finde, das ist wie bei jedem anderen Sexpartner, den man hat. Wenn man einen Sexpartner kennenzulernen, ist ja auch immer so, dass man jemanden kennenlernt und sagt, ich hätte mal Interesse daran, das mit dir auszuprobieren. Dann muss man sich ja in der Regel sympathisch sein. Also ich kann mir nicht vorstellen, jemanden Sex zu haben, wo ich sage, okay, der ist mir total unsympathisch. Das funktioniert jetzt nicht. Also versuche ich ja jemanden zu finden, der mir sympathisch ist. Dann sage ich, ich würde das gerne mal ausprobieren, aber ich habe damit jetzt wenig Erfahrung. Ganz blöd finde ich zum Beispiel, wenn man anfängt und sagt, naja, du musst, was kann ich denn noch nehmen? Oder was könnte ich dann probieren? Also irgendwelche Betäubungsmittel in den Arsch schieben, finde ich das absolut Weicheste, was man als Anfänger machen kann. Jetzt hin zu irgendwelchen sonstigen Substanzen. Also was am meisten hilft, ist natürlich wiederum, was ich immer sage, ist das Setting. Also man sagt, wenn ich jemanden kennenlerne, wo das einigermaßen funktioniert, dem ich vertraue, dann mache ich halt mal eine Kerze an, mache das Licht ein bisschen schummrig, mache ein bisschen Musik an. Dann mache ich mir vielleicht erstmal eine Rückenmassage, eine Po-Massage, eine ganze Körpermassage. Und dann ist der Passive sozusagen erstmal komplett entspannt. Und das würde ich ja normalerweise beim Text ja vielleicht auch erwarten. Und dann versucht man mal langsam, das Loch zu öffnen. Gibt es da verschiedene Möglichkeiten. Man muss ja nicht gleich mit dem allergrößten Teil hier anfangen. Also ich meine, da oben ist auch nicht an einem Tag erbaut worden. Da fängt man halt mal kleiner an. Und dann, wie der Robert auch schon sagt, man muss nicht enttäuscht sein, wenn es beim ersten Mal nicht hundertprozentig funktioniert. Gut, jetzt sind wir eigentlich schon mitten in der Praxis drin. Es wäre natürlich interessant, wenn ich es ausprobieren möchte, wie bereite ich mich denn entsprechend vor. Weil es muss ja auch erst mal Platz geschaffen werden. Ja. Sehr großes Thema. Individuell, wie alle Männer individuell sind. Ich finde zum Beispiel ein Vertreter, der sagt, lieber weniger spülen, wie zu viel gespült. Weil bei einer Session, wenn dann alle zwei, 20, 30 Minuten der nächste Schwung kommt, und der ist sehr flüssig, das ist für niemand angenehm. Und ich persönlich sage ganz ehrlich, wer mit Stuhlgang nicht umgehen kann, sollte mit Stuhlgang nicht anfangen. Weil es ist natürlich in diesem Bereich. Und klar, man muss nicht unbedingt damit spielen wollen oder schmieren wollen. Aber wenn dann mal ein Lüftchen kommt und der andere schon sagt, du stinkst und es ist dann schon vorbei, dann finde ich das Falsch an Platz. Es kann für manchen wirklich sehr schwierig sein, wer einfach damit nicht umgehen kann. Aber ich glaube, dann ist es wirklich eine Entscheidung, zu sagen, dann kann ich damit spielen. Ja, ich meine, wie der Robert schon sagt, wer im Grunde Wein bohrt, der muss auch damit rechnen, dass da vielleicht irgendwo mal was ist. Aber im Prinzip fängt für mich halt die Vorbereitung schon 24 Stunden vorher an. Also wenn ich es weiß, ich mache das Setting, das ist ja jetzt nicht so, ich gehe jetzt über die Straße und dann fistet mich jemand, sondern ich weiß, dass morgen Abend kommt derjenige, dann muss ich mal Kerzen einkaufen, dann muss ich vielleicht ein bisschen Handschuhe einkaufen, ein bisschen Schmiermittel einkaufen. Das ist auch schon mal die Vorbereitung. Und natürlich auch das Thema Essen. Also das, was ich nicht esse, kommt auch hinten nicht raus und muss ich auch nicht mehr rausspülen. Das ist leider die Wahrheit. Sagen wir es so klatsch, wie es ist. Also ich würde jetzt zum Beispiel vorher nicht unbedingt einen Schnitzel mit Rotkohl und Klößen essen. Vielleicht auch 1985 nicht unbedingt irgendwas mit Nüssen oder einen Snickers oder so irgendwas, sondern ich würde halt ganz leicht essen. Aber am besten ist es, man nimmt ein kleines Süppchen, wo auch nicht so viele Bröckchen sind, sondern Cremesuppe am besten am Tag vorher. Und dann wartet man so bis um 12 und isst dann auch nochmal etwas, bevor es dann halt losgeht. und dann ist die Spülerei am besten. Also man merkt schon, es ist vorbereitungsintensiv und muss ein bisschen geplant werden. Kann ich denn, wenn ich aber ja trotzdem spülen muss, irgendwas richtig oder falsch machen? Oder wo muss ich da achten? Was sicherlich das Thema ist, für viele, die meinen, sie müssen unheimlich tief spülen. Wenn das die dritte Runde ist und der ist noch gar nicht geknackt, dann komme ich ja höchstens so weit rein. Dann braucht man nicht 40 Zentimeter Spül. Was passiert, es sind verschiedene Ringe immer wieder im Darm. Und je tiefer ich spüle, umso tiefer kommt das Ganze, was da runterrutscht. Und spätestens nach dem dritten Ring wird das, ich sage immer gern die unendliche Geschichte, weil es rutscht immer was nach. Also lieber sagen, okay, das geht gar nicht viel tiefer wie die Hand. Dann brauche ich auch nur 20, 30 Zentimeter großartig spülen. Also nicht bis zum Kinn volllaufen lassen, sondern lieber in kleineren Portionen. Ja, ja. Und ich persönlich sage auch immer wieder so, wenn wirklich was ist, du hast bei mir die Möglichkeit nachzuspülen, das ist sinnvoller, wie vorher schon 50 Zentimeter unter Wasser. Maik, du hast auch, glaube ich, hier ein bisschen was mitgebracht, noch ein Utensil. Ich habe jetzt mal einen Klassiker mitgebracht, um zu demonstrieren, was das eigentlich bedeutet. Also ich spüle an sich, und man weiß halt nicht mal, was man gegessen hat. Und man weiß nicht mal, wann man seinen Rhythmus hat und wann es denn kommt. Und da sind halt erfahrene Fister, Fistis muss man ja sagen, also die Passiven, die wissen dann in etwa, wann sie bereit sind und was dann da drin war und was dann wieder rauskommt. Das muss man sagen, jeder ist da irgendwie anders. Also es gibt welche, die können im Stehen sehr gut spülen. Das heißt, da ist ja praktisch die Anatomie auch sehr entspannt. Da gibt es viele, die halt im Rücken liegen, spülen. Da kann man sehr viel Wasser reinlaufen lassen. Angenehm ist natürlich ein sehr warmes Wasser, was man halt einstellt. Und ich habe es aber auch schon mal erlebt, zum Beispiel gerade bei Gasthermen. Gasthermen in Berlin, das ist so immer das gebräuchliche Thema. Entweder sind sie heiß oder arschkalt. Also irgendwie dazwischen gibt es irgendwie nichts. Und deshalb habe ich hier so etwas angefügt. Das ist so praktisch so ein Wasserstopper. Da kann man einfach bei einer Gasthermen einfach heiß Wasser komplett aufdrehen und mit dem Kalten dann ein bisschen nachjustieren und halt den Strom, also den Massestrom vom Wasser dann einstellen und kann dann wirklich so dosieren, dass ich es dann wirklich angenehm warm habe. Man kann es auch mal ausstellen, man kann es auch mal stärker stellen. Also man hat mit diesem Ding hier eine relativ gute Möglichkeit. Dann was noch super achtend ist, was der Robert schon sagt, wir haben halt einen äußeren Schließmuskel, in den inneren Schließmuskel und dann hinterher noch welche Schließmuskel. Und es ist natürlich so, dass der Darm noch einen Knick macht. kann man das mal demonstrieren. Also das ist so, ah ja, man, ja, warum, umstellen? Also das geht einmal praktisch rein bis zum inneren Schließmuskel und dann macht der Darm einen Knick in die Richtung. Oder? In die andere Richtung. In die andere Richtung. In die andere Richtung. Nach rechts. Nach rechts, ja. Es ist auch immer wichtig, wenn ich jetzt wissen will, als aktiver, dass ich genau weiß, okay, wo kommt denn der Knick? Wenn er jetzt zum Beispiel in Doki ist, dann ist es so, dass er natürlich dann nach rechts gehen muss und im Schling muss er dann natürlich auf die linke Seite gehen. Also dann stehe ich ja praktisch vor dem Patienten. Das heißt, wenn ich das jetzt mal demonstriere und dahin halte, dann sieht man schon, dass das eigentlich immer nur bis zum zweiten Schließmuskel gehen kann. Weiter komme ich mit dem Teil nicht. Das ist ja auch ziemlich hart. Ich meine, das Teil, das ist Aluminium oder Edelstahl, je nachdem, welche Ausführung man das kauft, da komme ich ja hier gar nicht um die Ecke. Das heißt, es muss einem schon klar sein, dass man dann hier immer irgendwie gegen den inneren Schließmuskel dann anspült. Vielen Dank. Aber es gibt ja jetzt auch durchaus diese Spülschläuche, das ist ja jetzt ein Stab, aber diese Schläuche gibt es ja gefühlt unendlich lang. Das ist natürlich auch sehr hilfreich. Also man kann auch sehr langsam Wasser zuführen, also mit dem Start. Man muss natürlich aber auch wissen, dass natürlich man durch diesen zweiten Schließmuskel mit diesen relativ schlimmen Dingen durch muss. Sonst bringt das ja nichts. Weil dann spüle ich ja immer gegen diesen zweiten Schließmuskel und der wird irritiert und irgendwann spült man sich sozusagen tot. Weil eigentlich kommt man nicht dahin, wo man hinkommen will. Also es muss einem schon klar sein, dass ich dann irgendwann diesen zweiten Schließmuskel nutze. Was manchmal hilft ist, wenn man zum Beispiel den Dildo benutzt, damit man diesen zweiten Schließmuskel mal ein bisschen trainiert und öffnet in dem Vorfeld. Das heißt, dann kommt auch das Wasser besser rein. Also das ist zum Beispiel ein sehr gutes Beispiel dafür. Muss ich nochmal hindeuten. Da weiß man etwa, jetzt bräuchte ich die vielleicht doch nochmal, jetzt fragt sich der Vergleich, okay, wo komme ich denn damit hin? Das heißt, ich komme hier auf jeden Fall durch den zweiten Schließmuskel durch und ich habe den schon mal ein bisschen trainiert und der ist entspannter und das Wasser kommt eben auch dahin. Danke. Also das ist vielleicht nicht das beste Startmodell, aber da stellt sich natürlich die Frage, wenn man das dann ein bisschen trainiert und so, arrangiert man sich inhaltlich damit um auf Dauer oder passt sich der Körper dem Bedürfnis des Fistens an oder bleibt alles da, wo es hingehört? Wird es nur flexibel oder hat man dann wirklich irgendwann den Tunnel geradeaus? Also ich erlebe es immer wieder wirklich natürlich, also es gibt unterschiedliche Typen. Manche sind wirklich wie Autobahn, du gehst rein und fährst durch. Es gibt andere, da hast du permanent eine Kurve und eine Träung und das bleibt auch so. Also es ist erstmal die Anlage, wie einfach der Körper angelegt ist sozusagen. Ich habe aber auch schon erlebt, dass manche mit der Zeit sich verändert haben sozusagen, dass es leichter ging. Oder bei manchen, das finde ich immer so interessant, wenn man den Schließmuskel hat, ja wo geht es denn weiter? Ich nehme immer die Uhr, bei dem einen geht es oben um zwölf weiter, bei dem anderen geht es um viertel weiter, bei dem anderen um halb und muss man noch einen Bogen machen. Es ist wirklich Daten suchen, wo es weitergeht und mit den Jahren entspannt sich das Ganze sozusagen, dass es nicht nur auf punkt halb sozusagen weitergeht, sondern dass man das auch ein bisschen heben kann und leichter weitergeht. Ganz banale Frage, geht es denn tatsächlich darum oder ist der Reiz reinzukommen oder ist der Reiz zu sagen, alles bis zum Ellbogen ist Spaß? Also das Pelz ist natürlich riesengroß. Also das kann man gar nicht beschreiben, wie lange man darüber diskutieren kann, in wem man darüber diskutiert. Es gibt welche, die sagen, bis zum Ellbogen ist Spaß und danach geht es für mich erst richtig an, was zu machen. Es gibt auch welche, die sagen, sie stehen wirklich nur auf Panschen, also wirklich nur rein und raus und das macht halt dann auch stundenlang Spaß und inzwischen bis zu welchen, die einfach nur ganz langsam irgendwie tiefer gehen wollen und das reicht dann auch schon, bis hin zu stundenlang einfach nur drin sein. Und das hängt natürlich auch immer vom Po, vom Arsch, vom Darm und auch von der Hand ab. Also ich meine, wenn ich jetzt eine kleine Hand habe, dann ist es relativ einfach, da vielleicht auch ein bisschen weiter vorzudringen. Wenn ich jetzt zum Beispiel deine Hände anschaue, dann denke ich mir schon, dass du relativ weit irgendwo reinkämst oder durchkämst, als wenn ich jetzt eine größere Hand habe. Ich habe jetzt keine Anschauung. Ah ja, genau. Danke. Was Größeres habe. Das heißt, da muss ich natürlich ein bisschen vorsichtiger sein. Manchmal reicht es dann zum Beispiel auch, um diesen Reiz auszuüben, wenn eine dicke Hand einfach nur drin ist und einfach nur hält. Das kann auch über, das ist so wie Tantra oder sowas, das ist so wie eine halbe Stunde eine große Faust drin zu haben, ist einfach nur erregend. Und da kann auch ein Rasmus kommen, wenn es so mal ist. Und dann hast du ganz langsam ein bisschen die Prostata massiert, das ist ja auch total erfüllend. Oder wenn ich eine kleinere Hand habe, die halt panscht und einfach nur ein Schließmuskel trainiert, das ist genauso erfüllend. Also das ist so ein weites Feld wie, ja keine Ahnung, also da kann man ewig drüber diskutieren. Und es ist aber auch ganz wichtig, dass man sich darüber austauscht. Also ich meine, mein Gegenüber, den ich jetzt nicht kenne und wo ich nicht sage, okay, da drücke ich mich jetzt und er kann machen, was er will, ist natürlich so, das Wichtigste im Sex ist natürlich darüber zu reden. Also was mag ich jetzt? Wie weit kann es gehen? Was bringt eine Befriedigung? Der Aktive ist manchmal so, dass er sagt, ich muss ja jetzt eine Performance machen. Und er ist total enttäuscht. Naja, jetzt bin ich mal drin. Der geht zwar ab wie ein Schnitzel, aber irgendwie ist es für mich unbefriedigend, weil ich ja jetzt nicht so weit gekommen bin. Und er irgendwie nicht punchen kann. Aber es kann für den Passiven genauso befriedigend sein und sagen, es reicht einfach. Also manchmal reicht es einfach, nur drin zu sein und eine halbe Stunde mal zu warten. Das klingt interessant. Probiert es mal aus zu Hause an dem Bildschirm. Ist ja dann aber durchaus auch eine Frage, in welcher Stellung bin ich denn gerade? Weil ich kann mir durchaus vorstellen, eine halbe Stunde in einer Stellung dann zu verharren, kann ja durchaus auch anstrengend sein. Oh ja. Welche Möglichkeiten habe ich denn da? Oder gibt es irgendwas, wo man sagt, irgendeine Stellung, die ist für das Fisten überhaupt nicht geeignet? Oder, also ich habe schon mal diese Erfahrung gemacht, also es war in Wien damals, eine ganz lustige Anekdote, der war Balletthändler, die konnten natürlich schon Spagat machen und da hat sie den Spagat und die auf der Tresen gemacht. Hat sich auf den Tresen mit dem Spagat hingelegt, Oberkörper über die Tresen drüber und dann war der komplett entspannt und man konnte den Fisten bis zum, das geht nicht weiter, also man konnte den richtig gut fisten. und ich habe gedacht, also wenn ich da in dieser Position da liegen würde, mir würde alles wehtun, ich würde danach in die Position kann ich jetzt kommen. In die Verlegenheit gerate ich mich. Ich stelle mir das gerade lustig vor. Noch ein Wir bitte. Ja, ja. Ich muss nur gucken, mit welcher Hand du dann das 1 anzeigst, wenn du möchtest, sonst sieht es kein Spendung entsprechend quietscht, dann ist es ja gerade fertig. Grundsätzlich gibt es dann natürlich so einen Link, der halt immer gerne genommen wird, weil man sich da angeblich super drin entspannen kann. Ich empfehle es für Anfänger eigentlich in der Regel nicht, weil man kann sich natürlich super drin entspannen, wenn man den Gegenüber kennt und weiß, es funktioniert. Wenn man jetzt Anfänger ist, dann empfehle ich meistens immer so die Docky-Stellung, weil bei der Docky-Stellung kann man sich natürlich wirklich davon angewinkelt ist, wirklich dann in diesem V. Wenn man so gerade ist, dann funktioniert es in der Regel nicht, sondern es müsste wirklich so ein bisschen angewinkelt sein. Das war schon hinten raus. Ja, willst du es mal demonstrieren? Demonstrieren. Also das wäre eher die richtige Position. Ja, genau. Also man hat hier schön die Form, praktisch so, wie man auch dann hinkommt und ist eigentlich perfekt. Vielleicht nochmal unten kurz. Was man halt hier gut sieht, ist, es gibt zwei Parts, also zwei bewegliche Teile. Also er kann jetzt gegendrücken und ich kann auch gegendrücken. Das heißt, der Passive kann immer mitsteuern, was der Aktive eigentlich machen soll. Nachteil ist, das kann man jetzt auch nochmal demonstrieren, ich sehe sein Gesichtsausdruck nicht. Also da muss man jetzt schon irgendeine Rückmeldung geben, ob das passt oder nicht. Meistens in Stöhnen oder in Bitte, bitte nicht oder bitte doch. Da treffen Sie nach. Was ich aber auch sehr oft empfehle, was ich aber auch sehr oft empfehle, ist die stehende Position, weil man in der stehenden Position, gerade wenn man ein bisschen beleidter ist zum Beispiel, das Problem nicht hat, dass man irgendwo den Bauch halt im Schling nach unten drückt oder in der Doppelstellung nach unten hängt. In der stehenden Position hat man auch die Möglichkeit, wirklich gut reinzugehen und man setzt sich sozusagen mehr auf die Faust drauf. Das empfehle ich auch immer mal auszuprobieren, gerade wenn man im Underground zum Beispiel an der Bar steht mit der Chaps oder mit der Arschfrei hinten, ist es zum Beispiel eine ganz interessante Geschichte, wenn dann jemand hinten kommt und sich dann da hinkniet und da einfach mal versucht. Aktiv, du versuchst das einfach mal, ist sehr entspannt für den Aktiven. Er kann nebenher noch sein Party, er kann noch sein Bier trinken, er kann noch Leute begrüßen und ja, auch schulbestellen. Bleibt anständig an der Bar, liebe Jungs. Er? Ich für mich, ganz ehrlich, empfehle eher den Sling. Aus dem Grund, eben wie du Mike auch gesagt hast, der Blickkontakt, der Gesicht sieht aus. Gerade bei Anfänger, wo ich für mich merke, da kann ich näher an meiner Mimik und Gestik austarieren, wie weit fordere ich ihn oder überfordere ich schon. Aber ich denke, ich sage auch immer wieder gern, es ist eine Entscheidung auch des Passiven, wie er sich wohl erfüllt. Jetzt haben wir hier ja noch so ein bisschen andere Sachen, die ihr mitgebracht habt. Genau. Anfang von Motoren über Motoröl, ja. Was ist das alles? Genau, wie kommen wir denn gut rein? Ja. Also ganz wichtig ist das Thema Handschuhe. Also Handschuhe sind wichtig gegen Schutz, gegen Hepatitis C vor allen Dingen, sonstige geschlechtliche Krankheiten und auch gegen HIV. Das ist sehr wichsam, wenn man nicht unter Therapie ist. Und ich will jetzt mal demonstrieren, am besten, natürlich muss die Handschuhgröße passen. Ich will jetzt mal demonstrieren, indem ich dir mal diesen Handschuh gebe, wenn man schön den, den man überzieht. Am besten macht es immer gar in Praxis so ein bisschen. So, was sieht man jetzt hier schön? Ja, so relativ faltig. Genau, sehr faltig und es irritiert natürlich auch den Hintern. Und es kann natürlich auch passieren, dass sich der Handschuh entsprechend abzieht. Ist das eine Wortmeldung? Genau. Das heißt, es muss immer so sein, jetzt kannst du mal den hier probieren oder der anderen Seite. Das ist jetzt weg. Schau gerissen. Ja, die Nächsten kosten ja nichts. Also da sollte man dann durchaus auch noch achten, dass der Handschuh logischerweise intakt ist und nicht reißt. Und das zweite Beispiel, was wir gleich praktisch sehen, ist die Uhr sollte man vielleicht dann auch nicht tragen, oder? Nicht, dass man die nachher vermisst. Ach na ja, kann man jetzt den Handschuh, das sind zum Beispiel sehr gute Handschuhe, die sind auch ein bisschen länger. Da sieht man schön, dass die Apple Watch auch rüber geht und man will ja praktisch die Bewegung und die Schritte ja auch nicht vermissen. Von daher kann man die Uhr auch machen. Und die Vibration könnte ja auch sein. Kann man dann gleich mit vibrieren lassen. Martin, ich rufe dich kurz an. Genau. Ich habe gerade so schlechten Empfang, ich bin in der Höhle. Ja, du bist willkommen. Also jetzt zeig jetzt nochmal beide Hände bitte in die Kamera. Vielleicht kann man jetzt nochmal anfangen. Also man sieht es ja deutlich, der Handschuh muss wirklich zum Aktiven passen. Und ich sage immer, jeder Aktive sollte eigentlich verpflichtet sein, sich selbst Handschuhe zu besorgen. Das ist ja das Minimum. Nicht jeder Passive hat jetzt eine Sammlung von Handschuhen von XL bis XS zu Hause rumliegen, sondern der Aktive soll bitte dafür sorgen, dass er einen passenden Handschuh anstellt. Das heißt, es gibt nicht mehr so etwas, als wenn der Handschuh reißt, weil er einfach zu klein ist, oder eben zu groß ist und abrutscht und faltig ist und eben auch dann schmerzlich. Das sehe ich schon. Dann sollte man auf jeden Fall auch die Quallen geschnitten haben, sonst ist man oben gleich wieder raus. Ja genau. Am besten Pfeilen. Pfeilen ist sehr gut. Also Schneiden, klar. Und dann natürlich nochmal Pfeilen. Das ist die beste Vorbereitung für den Akt. Also nicht nur die Passiven müssen sich vorbereiten, die Aktiven müssen sich super gut vorbereiten. Jetzt haben wir eben schon gesagt, okay, die Uhr kann man im Zweifel anlassen, kann man auf einem Straffaktor sein, Ringel und ähnliche Geschichten. Wahrscheinlich unter den Handschuhen eher nicht, oder? Ja, also für Anfänger und für normale Menschen würde ich das natürlich ausziehen am besten. Man kann die Uhr auch ausziehen. Also ich meine, je nachdem, wie tief man jetzt da in das Gemengel rein will, kann man natürlich das Armband und die Hand mit der Uhr auch ausziehen. Dann hast du ein bisschen was noch mitgebracht, was das Reinrutschen auch noch erleichtert. Ja genau. Also das Feld des Schmierens ist so groß wie das Universum an sich. Das Wichtigste ist eigentlich nur, je mehr geschmiert wird, desto besser rutscht es. Also das muss man sich immer wieder vor Augen führen. Viele Aktive vergessen das. Die Passiven vergessen immer das Atmen bei den Küsten. Weil dann muss man mal sagen, jetzt atme mal durch, dann ist alles gut. Ich bin drin und es ist okay. Und im Aktiven muss man sagen, schmier doch bitte mal nach. Weil die vergessen das immer. So irgendwie, wenn du tauchen gehst oder wenn du schnauscheln gehst, dass du im ersten Moment nicht atmen sollst, dann irgendwie denkst du, wie geht es nicht. Und das ist genauso beim Aktiven, muss man ja immer sagen, schmier doch mal nach. Je mehr geschmiert wird, desto besser rutscht es. Also es gibt ja keine Ausnahme, kann man sich das nicht vorstellen. Und dann gibt es eine große Bandbreite von dem, was man so benutzen kann. Also es gibt jetzt auch eins. Ich glaube, das bekannteste, was man generell in dem Zusammenhang kennt, ist CRISPR. Genau. CRISPR ist ein US-amerikanisches Startset. Das deutsche Parton wäre zu sagen, wenn man jetzt lokalpatriotisch sein will, ist das Palmin. Hat schon meine Oma verwendet und ist immer sehr gut zum Braten und kann man auch sehr gut benutzen zum Fisten. Es gibt das Palmin Soft, das kriegt man nicht überall. Muss man in den Supermarkt mal schauen, wo man das findet. Und ist eigentlich das günstigste Alternative zum Fisten. Es gibt beim Palmin auch das Gestüppelte. Kennst du das? Wie die Ritterschokolade, die man so abricht. Nee, haben wir noch nicht gesehen. Das kenne ich. Ich bin ja in dem Thema noch nicht so dringend. Das kenne ich mir aber jetzt. Schwierig. Also ich finde es ganz gut, weil es gibt ja auch, das Psyche muss ja dahin, wo es flutschen soll. In den Arsch. Und das nützt ja nichts außenrum irgendwie zu massieren und einzugräben, sondern es muss ja dahin, wo es flutschen soll. Zum Beispiel das Palmin Soft ist zum Beispiel sehr ideal, wenn man ein Soft-Material haben will. Aber das harte Palmin, das findet man auch in jeder Auslage, auch beim Bebe hier nebenan. Man kann das so brechen, hat dann so kleine Stückchen. Und die kleinen Stückchen kann man dann direkt in den Po schieben. Aber dann schmilzt das im Po und nicht in der Hand. Und das ist eigentlich total toll, weil dann schon sozusagen der zweite Schließmus so sehr gut geschmiert ist. Also ich empfehle immer so sozusagen ein Palmin oder ein Grisco oder irgendwas zähflüssigeres als Grundmittel zum Schmieren. Und dann nochmal irgendeine Art von Loop. Was man so kennt, ist halt J-Loop, was man so anrührt. Es gibt es auch zum Beispiel hier einen Futtermittelbedarf. Ich will jetzt nicht sagen, es gibt es auch beim Zweckta und beim Degonium hier in München. Gibt es aber auch einen Futtermittelbedarf. Kann man sich auch sehr gut bestellen. futtermittel.de Kriegt keine Prozent dafür. Und was es hier auch noch gibt, das hatten wir auch mal im Undercount. Da hatten wir mal so einen Mixtag, wo man dann einfach ein bisschen was gemixt hat. Mit Tierbaumöl, man kann auch mal was reinmischen, was so gut riecht oder Lavendelöl oder sonst was. Also irgendwas Schönes. Da haben wir das mal gefunden. Das ist nicht ganz günstig. Es hat eine tolle Optik eigentlich auch. Wenn man das mal so auf den Tisch hält. Das ist lustig. Das sieht echt irgendwie wie Motoröle aus. Und das ist auch echt gut, wenn Mama zu Besuch kommt. Ja. Ich habe vorhin noch einen Ölwechsel mit dem anderen Motorrad gemacht. Apropos Ölwechsel. Es kann ja dann, also es muss ja im Zweifel auch wieder raus. Im Underground haben wir dafür ja irgendwie Meilen an Zeba und ähnlichen unterlegenen Mitteln. Was macht man privat? Ich habe hier schon gesehen, du hast da glaube ich eine Spezialempfehlung. Ja, eine Spezialempfehlung. Ich kriege auch keine Prozente dafür. Aber das ist zum Beispiel für ein Haus gebraucht. Viele nehmen halt Handtücher, die müssen in die Waschmaschine. Ich empfehle jetzt das hier. Kostet 1,669 beim Rossmann. Eigenmark Rossmann, Wickelunterlage. Man muss auch passen, dass man auch wirklich die Wickelunterlage nimmt und nicht die Wickelauflage. Die Wickelauflage kostet deutlich mehr. Das ist eigentlich relativ simpel. Man macht das hier auch. Man hat hier eine tolle Hinterlage. Rauchvieh. 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 Und man hat hier auch so schöne Blümchen. Auch noch mit Geschmack sein. Ja, genau. Auch mit den ATBL-Jungs. Das Herzraum. Das gibt es hier viele Blümchen und hier ein Kätzchen. und so. Da haben wir hin und kleine Igel. Das kann man sehen mit der Kamera. Also, der Vorteil ist, es geht halt nicht durch. Man hat hier erstmal praktisch die undurchlässige Deckschicht. Man hat hier die Saugschicht. Und man kann das halt schön unterlegen. Ach so, um kann das dann. Genau. Also hier kann man das dann unterlegen. Kann schön fisten, egal in welcher Position. Man kann es auch zum Beispiel in den Sling legen. Sieht zwar optisch nicht so schön aus, als wenn man einen Film machen will. Sonst hat es nicht so toll. Aber man kann es hier zum Beispiel schön hinlegen. Vielleicht Saug hegen und danach einfach ist dann natürlich auch eine saubere Sache. Ja. Vielleicht ist das durchaus auch bodenschonend, weil wenn dieses Gleitmittel dann je nachdem, auf welche Oberfläche kommt, könnte es ja durchaus auch Verletzungen geben, die gar nicht mal aus dem Spiel heraus entstehen, sondern weil man sich schlicht und ergratend langmacht auf einem glitschigen Boden plötzlich viel weiter drinnen, als man wollte. Ja. Aber wo wir bei dem Thema dann gerade sind, jetzt kann was passieren oder was kann passieren, wie merke ich das, was passiert ist und wo sind irgendwo die Grenzen zwischen das ist eine Bagatelle oder ich sollte mir professionelle Hilfe suchen? Ich meine, der Punkt, wenn es anfängt zu bluten, dann wird es schon kritisch, sozusagen. Ich unterscheide eben ganz klar, wenn es hellflüssig rot ist, ist es für mich noch eine Habachtstellung. Wenn es wirklich dick bluten, rot ist und wirklich läuft, dann wäre für mich der Lutart. Also auch nicht, ich packe mal ein und gehe dann demnächst zum Arzt, sondern wirklich zügig. Ja. Und ich merke, ich habe es noch nie erlebt, trotzdem. Ich habe auch noch nie da jetzt mal so ein Erlebnis haben müssen. Einmal habe ich abgebrochen, weil es mir zu fest wurde und zu viel. Was gut hilft, ist dann anschließend mit kaltem Wasser spülen. Wenn es sich dann beruhigt, dann kann man sagen, okay, wir schauen mal die nächsten Tage, wie es dir geht. Als Erstmaßnahme. Genau. Ich merke, für mich sind die Alarmsignale schon viel früher. Ich schaue in das Gesicht und dann sehe ich, okay, passt. Und wenn der glas werden würde, würde ich auch sagen, oh, jetzt wird es ein bisschen kritisch. Also wichtig ist ohnehin Kommunikation, in welcher Form auch immer zwischen beiden. Also das ist ja viel vorher schon. Ich spüre ja, ob ich ihn fordere oder ob ich ihn überfordere. Und ich denke, ich selber habe ja auch für mich eine Grenze, wo ich sage, das macht mir jetzt auch kein, das macht mich eher ängstlich, ihn noch mehr zu fordern. Das habt ihr auch mal angesprochen, es gibt ja diverse Hilfsmittel, die man sich dann vielleicht in fortgeschrittenen Zeitpunkten zuführt. Da wird Kommunikation ja manchmal auch relativ schwierig. Wie geht ihr mit sowas um? Ich meine, man sieht es ja auch hin und wieder auf Partys, dass jemand mehr ab als anwesend irgendwie im Sling liegt. Das ist ja schon eine extrem kritische Situation, weil man da auch nicht unbedingt mehr mitkriegt, wer ist jetzt da an einem dran oder so. Für viele macht das ja dann in dem Fall auch den Reiz aus, aber habt ihr sowas erlebt oder wie geht ihr damit um? Was ist eure Meinung zu sowas? Ich gehe nicht dran und feste. Ganz klar von vorne rein. Für mich ist Poppers okay, aber sobald ein anderer Tiefen geht, wo ich den Eindruck habe, der spürt ja sich selber gar nicht mehr, der kann mir gar kein Feedback geben, dann teste ich nicht mehr. Also jetzt noch mal zu einer anderen Frage zurück. Die meisten Tiefen-Unfälle passieren eigentlich nur da, dass man, wenn man gar nichts nimmt, sozusagen nur in einem Setting ist und es ist, dann passiert in der Regel nichts, weil du es relativ schnell merkst, dass du es mitbekommst, dass du dann auch klar bist und dass du auch weißt, wo du bist und was du tust und wenn es dann weh tut, dann merkst du auch, dass es weh tut. Und das ist halt das größte Problem, dass viele merken, dass es gar nicht mehr merken, dass es weh tut. Also egal, was du nimmst, also auch ein Bier ist, sage ich schon, ein erster Schritt in diese eher betäubende und Fauna-Setting, was ich machen kann, ein bisschen zu Poppers oder ich kann noch ganz andere Dinge nehmen. Also das Schlimmste, was mir mal, das Schlimmste, das Interessanteste, was mir mal passiert ist, dass jemand sagt, ich sollte Voltaren nehmen. Das war mir bis zu dem Punkt noch nicht bekannt, dass man Voltaren auch in den Arsch schieben kann. Er meinte, ja, es wäre ein bisschen irritiert und es wollte reden, würde ihm helfen, dann müsste ich ein bisschen so reintun und dann wäre das okay. Kann man alles machen, wenn man ist erwachsen und man kann miteinander reden und sagen, wenn es hilft, gut, kann man tun. Die Fall ist aber dabei, dass ich dann halt gar nicht mehr mitbekomme, dass da was reißt, dass da was kaputt geht, dass die Schmerzen da sind. Spätestens dann, wenn halt das Blut wirklich fließt, in Strömen und dann sollte der Aktive halt aufhören und den Notarzt verständigen. Die meisten Unfälle passieren halt auch unter Drogen gebraucht, das heißt, wenn die Menschen dann gar nicht mehr wissen, wo sie sind, das heißt, man muss der Aktive natürlich auch wissen, was macht denn der? Was hat er denn genommen eigentlich? Also in welcher Grenze ist der denn da? Ist der noch im verträglichen Rahmen oder ist der eigentlich schon drüber? Also wie der Robert schon sagt, wenn ich auf einer Party bin, dann kann ich das nicht mehr einschätzen. Wenn ich zu Hause eine Party mache, dann empfiehlt sich in der Regel immer so ein Einnahmeprotokoll, also wie komisch das auch ist. Also gerade wenn ich Qi nehme oder sonst irgendwas anderes nehme, dann passiert es meistens ja so, oder Ketamin ist auch so ein gutes Beispiel, ich kann es überdosieren und dann bin ich in der Regel erstmal schlappend. Also beim Ketamin schläft man dann einfach ein, schläft dann halt mal zwei Stunden. Beim Qi ist es so, dass es dann halt auch teilweise tödlich enden kann. Das heißt, da empfiehlt sich halt im privaten Setting wirklich so eine Art Einnahmeprotokoll, dass man dann halt hinschreibt, was habe ich jetzt gerade genommen, in welchem Punkt bin ich da, da kann ich jetzt wieder was nehmen und die anderen wissen dann auch, was wir da nehmen. Transparent ist da einfach das A und O. Im Underground gibt es ja eh keine Möglichkeit, Drogen zu konsumieren, außer Alkohol. Habe ich mir sagen lassen. Und Poppers. Absolut korrekt. Genau. Und Poppers ist glaube ich noch irgendwie Das ist okay. Poppers ist okay. Alles, was darüber hinausgeht, definitiv ein absolutes Mono. Von daher wird es auch nicht vorkommen, dass im Underground dann irgendjemand torkelt oder hinfällt oder sonst was. Die meisten Unfälle im Übrigen passieren, dadurch, dass Leute irgendwie durch das klitschige Zeug, was auf dem Boden liegt, einfach hinfallen und sich in den Arm. Okay. Vielleicht an der Stelle eben einmal ganz kurz der Hinweis auch für alle, die Hintergründe erfahren wollen zu diesem ganzen Thema rund um chemische Hilfsmittel und was man damit umgeht. Wie man damit umgeht. Wir sind ja hier in SUB in München. Da gibt es eine entsprechende Beratungsstelle. Gerne an die Jungs wenden. Die kennen sich damit aus und können ein bisschen zu sicherer Verwendung erzählen. Was mir ganz wichtig ist, zu dem Thema zu sagen, ich bin jetzt über Jahrzehnte wirklich abgelehnt. Und ich habe noch nichts erlebt, dass Drogen wirklich dazu führen, dass es leichter geht oder dass es weiter geht. Es ist nicht so. Also das ist der Irrglaube, finde ich, wenn man Drogen nimmt, dass es dann sozusagen tiefer geht oder mehr zum Panschen ist. Ich habe es noch nie so erlebt. Im Gegenteil. Also es hat eher eine verschlechterere Wirkung, wie das eine entspannende Wirkung hat. Also lieber viel Geduld und Übung. Ja. Mit den richtigen Kerlen. Und das macht man sich bewusst wahrnehmen und entsprechend auch genießen. Was macht ihr, wenn ihr auf einer Party jemanden seht, der jetzt irgendwie so halbdösig im Sling liegt? Geht ihr hin? Schaut ihr nach? Geht es dem noch gut? Oder wie reagiert ihr auf solche Situationen? Ich meine, es ist ja noch die Frage, ob er alleine da ist oder ob eine Gruppe da ist, die ihn kennt sozusagen. Ich glaube, jeder, der eine Notsituation wahrnimmt, geht klar hin und schaut, was da jetzt zu machen ist. Da ist ja auch das Team dann vom Underground sozusagen sofort zur Stelle und wirkt geschaut, was da jetzt ansteht. Also im Zweifel einfach an Mitarbeiter im Underground oder einen der freiwilligen Helfer muss man ja korrekterweise sagen, wenn dann Bescheid sagen und die wissen, was zu tun ist. Vielleicht in dem Zusammenhang noch ein guter Hinweis, der Aktive ist ja verantwortlich, wenn Passive und eigentlich das Ganze verendet ist. Und viele Aktive erlebe ich dann immer, die waschen sich dann die Hände, machen den Handschuh ab und gehen dann. Das erlebe ich auf Partys halt immer wieder, zu Hause kannst du es nicht machen, da wird so jemand dann auch eine Ansage bekommen. An der Underground erlebe ich das teilweise, dass die dann halt einfach gehen und sich die Hände waschen und der Aktive liegt dann halt noch da oder liegt auch im Bock, sondern eigentlich ist es so, dass der Aktive dann das Säubern übernimmt, zum Beispiel Sachen auch wegnimmt und dann entsorgt und halt eigentlich wartet, bis derjenige aus dem Schling sicher ausgestiegen ist, damit der nicht dann irgendwo hin purzelt oder vielleicht sogar da liegen bleibt, weil er gerade einen Kreislaufkollaps hat, sondern eigentlich ist es die Verantwortung und auch vom Aktiven, der jetzt wirklich tollen, super Spaß gehabt mit denjenigen, dass der auch sagt, okay, ich nehme ihn jetzt aus dem Schling raus, ich nehme ihn zum Bock raus, ich gucke, dass es ja nicht rutscht und dann sage, okay, bist du selbst, dann gehen wir jetzt vor zur Bar und trinken was, den muss ich jetzt nicht unbedingt stundenlang unterhalten, das ist keine Verpflichtung dafür, aber der Aktive sollte bitte auch dafür sorgen, dass der Passive dann wieder irgendwie im normalen Leben wieder ankommt. kann ich nur unterstreifen. Ja, damit haben wir eigentlich eine schöne Runde geschlossen wiederum. Dann vielen lieben Dank, dass ihr da wart. Danke für die Einladung. Sehr gerne. Vielen lieben Dank an SUB, das uns diese wunderschönen Räume zur Verfügung gestellt hat, die wir auch ein bisschen, wie ihr seht, umdekoriert haben. Danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.